Hallo, hier ist Christian Schemaier, Vater, Paul, Coach, Persönlichkeitsentwickler, Psychologe und so viel mehr in vielen Teilen Deutschlands und gerade im Homeoffice und erstmal wieder Blog rund um viele schöne Themen in dieser schönen verrückten Welt, die wir da haben da draußen. Ja, heute haben wir das Thema die Macht der Sprache und da ist sie auch schon die Liebe-Ship-Extrem-Woche, sozusagen unsere Black Friday-Woche. Es gibt bis Montag einschließlich, also bis Ende November 25% für meine Social-Media-Nutzer hier auf all meine Kurse, Coachings, E-Mail-Coaching, Meditation, meine Signature-Kurse, Modul 1 zum Beispiel Programmierung, Liebeschipp, Liebeskummer, Selbstliebe-Challenge, die 990-Kalender, alles außer Tiernahrung, wer das noch kennt, Spaß. Und der Code heißt LICHT25, großgeschrieben, ohne Lehrzeichen, schreibe ich auch nochmal drunter, in der Kaufabwicklung auf liebeschipp.de. Deckt euch ein, nächstes Jahr werden die Kurse teurer. Lohnt sich vielleicht besonders, siehst du ja nochmal zuzuschlagen. Ja, die Macht der Sprache. Ja, wer meinen Kanal länger verfolgt, der kennt das ja, dass ich mal sage, ja, hör nicht auf die Worte, schau auf die Taten und dass man das aber überhaupt mantramäßig mal wieder sagen muss. Ich habe die Fehler übrigens auch früher gemacht, dass ihr denkt, ich kenne das nicht, das ganze Gesülze. Das zeigt ja nicht nur, wie anfällig wir vielleicht manchmal dafür sind, sondern auch, wie mächtig Sprache ist so, ne, wenn sie einem scheinbar genau das liefert, was man denkt, was man haben will. Und das zeigt ja auch, wie Sprache, welche Möglichkeiten Sprache hat, ja, eine ganze Welt, eine Fantasiewelt entstehen zu lassen. Insbesondere, wie hat das jemand so schön geschrieben, wenn man Wörter nutzt, wo selbst Rosamunde Pilcher irgendwie sich umdrehen würde. Also, ja, also eine Fantasiewelt zu generieren, die natürlich leider häufig nicht da ist. Das heißt jetzt aber nicht, dass Worte nicht schön sind. Worte sind irre mächtig, wenn sie halt mit Taten übereinstimmen. Natürlich ist von jemand, der es wirklich meint, ist ein ich liebe dich natürlich großartig oder bist der wichtigste Mensch für mich oder, ja, natürlich ist das total schöne, so Worte zu hören. Klar, da haben wir noch, kennt vielleicht auch der ein oder andere fünf Sprachen der Liebe, ich glaube von, na, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber haben wir schon viele gelesen. Für den einen ist vielleicht Sprache wichtiger, für den einen ist vielleicht Sprache nicht so wichtig. Aber man sieht es ja auch in der Politik und so, wie, nehmen wir mal an, Wellenbrecher, Lockdown, ja, also mit so einem Wort wird schon, ja, ein bestimmtes Bild kreiert, ob das nun stimmt oder jetzt nicht stimmt. Das ist auf jeden Fall ein längerer Wellenbrecher. Ist ja eine ganz andere Frage, aber es wird erstmal, ja, natürlich auch da irgendwie ein Wort kreiert, was natürlich helfen soll, irgendwie eine Akzeptanz vielleicht zu erhöhen, aber gut, wollen wir mal lieber gar nicht drüber reden. Ich würde tausend Beispiele finden, wo, ja, wo ja auch ganze Berufsgruppen damit befasst sind, eben so die richtigen Wörter zu finden, um bestimmte Emotionen zu wecken. Insofern, ja, es ist natürlich auch ein Dating, also Dating sowieso, weil da kennt man sich ja teilweise noch nicht mal richtig, sind natürlich Worte noch wichtiger. Ich würde aber heute gerne mal auf einen ganz anderen Aspekt eingehen, weil natürlich schon so viel über Worte gesagt worden, und zwar, dass wir, was hoffentlich bei einem ganz neuen Ansatz für euch bringt, dass wir Worte auch ein Trägermedium sind für bestimmte Energien. Also du kannst mit Worten bestimmte Energien an Menschen übertragen, so, oder auch bestimmte Informationen, die jetzt in den Worten gar nicht drin sind. Also du kannst sozusagen zwischen die Worte Dinge einbacken, sag ich jetzt mal, die jetzt nicht zwingend, also natürlich passen häufig die Worte dazu, aber, ja, du kannst zum Beispiel, ja, jemandem irgendeine Geschichte erzählen und du backst, in diese Geschichte backst du Trost und Zuversicht ein zum Beispiel. Und die Geschichte trägt das vielleicht auch nur am Rande oder so, aber sozusagen mit deinem, mit deiner Schöpferkraft backst du Trost und Zuversicht ein. Wie macht man das? Ja, durch die Intention, indem man, ja, sozusagen sein Bewusstsein dann ausrichtet und diese Worte eben mit dieser Intention sagt, so, ne, irgendwie. Und das ist eine Sache, die man häufig gar nicht denkt, dass, ja, mit Worten eben bestimmte Energien oder bestimmte Energiecodes oder wie auch immer man das nennen will, übermittelt werden. Und das scheint mir viel wichtiger zu werden, äh, zu sein. Und da scheint mir ehrlich gesagt noch ein viel größeres Potenzial drin zu liegen als in den Worten an sich. Und ich würde euch gerne mal animieren, mal hinzufühlen, weil, ja, man kann auch sozusagen, wenn man von diesen wirklich lexigrafischen, lexologischen Wörtern mal weggeht und guckt, so, welche Energie es in dieser Botschaft, die ich da gerade bekomme, dann ist das vielleicht eine ganz neue Erfahrung, weil man kann natürlich nicht nur Gutes einpacken, sondern man kann auch Negatives einbacken in Worte. Nämlich Manipulationen, äh, schlechte Intentionen. Überhaupt sind meiner Ansicht nach die Intentionen, die wir haben, sind eigentlich das Entscheidende, was wir dann aufgrund dieser Intentionen tun. Ich will jetzt nicht sagen, es ist irrelevant, aber es ist, ähm, also man kann wirklich verrückte Dinge tun, aber wenn sie in der richtigen Intention sind, dann haben sie meiner Ansicht nach auch häufig eine gute Wirkung, so, ne? Also, was nehmen wir mal für ein Beispiel, ähm, ja. Nehmen wir zum Beispiel Kindererziehung. Es kann sein, dass du da Sachen machen musst, die deine Kinder vielleicht erst mal doof finden irgendwie. Ähm, aber du machst hier sozusagen in der Intention, in der tiefen Intention, also man muss noch nicht mal überlegen, habe ich wirklich eine klare Intention oder nicht? Das ist natürlich auch mal so eine Sache, ist ja jetzt nicht doch Ego drin und was weiß ich, ein verletztes Ego und, äh, aber gut, du kannst unter Umständen, machst du für deine Kinder Sachen, die jetzt erst mal nicht toll finden und, äh, aber weil die richtige Intention haben oder weil du einfach einen größeren Überblick hast als Eltern, ja, entfalten sie sozusagen ihre Wirkung und du, einerseits rum gilt es auch, du kannst für deine Kinder, nehmen wir mal an, du willst deinem Ex irgendwas auswischen und du machst irgendwas für die Kinder in der Intention, dem Ex irgendwas auszuwischen. Und das sind scheinbar Sachen, die jetzt erst mal so pro Kinder sind, haben sie trotzdem negative Energie reingebacken sozusagen, ne? Ähm, das ist vielleicht ein einigermaßen gutes Beispiel. Ja, also, und ich würde euch mal animieren, äh, hört mal hin, wie euer Körper reagiert auf bestimmte Botschaften, auch von eurem Datingpartner, äh, also wie, was, was sagt euer, weil der Körper ist, ähm, meiner Ansicht nach höher schwingend als der Verstand, wir gucken immer so ein bisschen runter auf den Körper, aber meiner Ansicht nach hat er eine höhere Schwingung als unser Verstand und der Körper weiß auch häufig mehr als der Verstand. Klar, der Verstand ist ein super Tool, um Dinge umzusetzen, äh, kann mit dem Körper jetzt keine Rechenaufgaben lösen oder so, ne? Äh, aber, ähm, ja, hör mal, was dein Körper dir zum Beispiel, oder fühl mal, was dein Körper dir sagt, wenn du zum Beispiel von deinem Date eine bestimmte Nachricht kriegst, fühlst du jetzt, auch wenn da drinnen, wenn da tausend Herzchen drin sind, wie fühlt sich das an irgendwie, ne? Was ist reingebacken in diese Nachricht? Welche Intention ist da drin? Von meiner Ansicht nach kann man die fühlen, die Intention, die in einer Nachricht ist. Und, ähm, ja, das kannst du natürlich grundsätzlich überall machen, kannst du die Zeitung aufschlagen, überlegen, welche Intention ist da vielleicht in dieser Zeitungsnachricht oder in jener, ähm, aber gut, unser Hauptthema ist ja hier Beziehung, ähm, ja, fühl mal rein, was da reingebacken ist. Also zum Beispiel kannst du, nimm mal ein anderes Beispiel, um mal von Worten wegzugehen, weil das, denke, das betrifft jetzt nur Worte, du kannst vielleicht Plätzchen, äh, oder Kekse sagt man ja, glaube ich, auch eher in anderen Teilen Deutschlands, äh, Kekse im Superman kaufen und, ähm, schmecken so und so und du kannst die identischen Kekse kriegst du vielleicht von deiner Liebsten gebacken oder von deiner Mutter und so und da ist förmlich Liebe reingebacken. Ich glaube, das ist auch nicht nur, ähm, das ist nicht nur in der Fantasie, das ist so, dass energetisch drin kodiert und das, äh, die schmecken vielleicht ganz anders, obwohl sie vielleicht, äh, rein physikalisch auf der Atomebene vielleicht exakt das Gleiche sind, sozusagen. Ähm, ja, also hört mal rein. Äh, ich sitze gerade an dem entsprechenden Buchkapitel da bei meinem neuen Buch und, ähm, dachte ich mir, ähm, ja, das teile ich einfach mal gerade. Ich blende hier auch nochmal mein aktuelles Buch an der Liebesquote, äh, super Buch vom ersten Date bis zur Trennung, äh, Ratgeber, Nachschlagewerk, äh, vielleicht auch was für Weihnachten für deine Freunde oder Liebsten und, ähm, ja, wir werden uns bald wiedersehen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020